Meine grössten Bedenken an dem Projekt sind sicherlich die Müdigkeit, dann eben die Strecke, die er nicht kennt, dann auch die drei Stunden Tragepassagen. Er ist sich halt das nicht gewohnt und dann kommen vielleicht muskuläre Probleme dazu. Ich glaube nicht, dass die beiden verrückt sind. Die beiden brauchen das wahrscheinlich. Flo braucht sicher solche Reize. Ihm macht es Spass, solche extreme Sachen zu machen und an seine körperliche Grenze zu kommen. 36 Stunden. Ja, das wird schwierig.